Herzlich Willkommen durch Xing-Kontakt. Hier auf Xing, dem deutschen Pendant zum LinkedIn-Konzern, geht es um berufliche Aspekte. Es geht darum, gemeinsame Kooperationen zu schüren oder Zusammenarbeiten entwickeln zu lassen, vielleicht auch sich gegenseitig zu beauftragen, wenn es um interessante Themen geht. Mein Name ist Heiko Gärtner und ich stehe für Entwicklung. Und als Entwickler kümmere ich mich darum, Persönlichkeiten weiterzuentwickeln und Unternehmen im Rahmen der Vertriebs- und Verkaufsaktivitäten voranzutreiben, als auch im Online-Marketing strategisch zu begleiten. Ich habe sehr, sehr viele Kontakte, die dir helfen können, den nächsten Schritt zu machen. Und wenn du irgendwelche Fragen, Probleme oder Wünsche hast, lass es mich gerne wissen. Ich bin gerne für dich da. Herzlich Willkommen in meinem Kontaktnachwerb, hier auf Xing. Und hier wirst du auch nur berufliche Dinge finden. Wenn du mich privat kontaktieren möchtest, würde ich dir empfehlen, gehe bitte auf Facebook. Dort findest du die restlichen Informationen auch von Privatnachwerb. Ich danke dir und wünsche dir bis bald einen wundervollen Tag.